Wenn Sie energetisch modernisieren, tun Sie nicht nur etwas Gutes für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Alte Häuser können wahre, energiefressende Monster sein. Etwa drei Viertel der Energie, die private Haushalte verbrauchen, werden zum Heizen genutzt. Das muss nicht sein. Modernisierungsmaßnahmen können in nur wenigen Schritten und mit überschaubarem Aufwand den Energieverbrauch eines Hauses um bis zu 80 Prozent reduzieren. Sofern Sie einen Neubau planen, sollten Sie von Beginn an über energetisches Bauen nachdenken. Denn wenn Sie jetzt clever bauen, sparen Sie langfristig Geld. Informieren Sie sich doch einmal über die Vorteile von Niedrigenergie- und Passivhäusern. Generell gilt, schieben Sie Ihren Modernisierungswunsch nicht auf die lange Bank. Je früher Sie mit der energetischen Erneuerung starten, desto länger profitieren Sie von den Einsparungen. Die Immobilienprofis der Sparkasse wissen, wie sich Ihr Modernisierungsvorhaben am besten finanzieren lässt und kennen auch die Fördertöpfe von Bund und Ländern. Vereinbaren Sie per E-Mail oder Telefon doch direkt einen Termin. Oder informieren Sie sich über die weiteren Themen rund ums Haus.